Bist du fahrt? Ich habe die Lösung! Lerne Tuba! In den Nachrichten erfährst du mehr! Herzlich willkommen meine Damen und Herren zu Tuba im Bild. Nun zu den Schlagzeilen. Wie spielt man das Instrument? Das sehen wir uns nochmal in Zeitlupe an. Welche Instrumente gibt es? Halt! Stopp! Ganz kurz. Erstens, es gibt nicht nur F- und B-Tuben, es gibt noch C-Tuben, S-Tuben und ganz viele andere Bauformen. Und zweitens, das Ding ist riesig! Es gibt natürlich auch Kinderinstrumente, das sind die Klaner, einfacher zum Transportieren und da einfacher zum Spülen vom Henling her. So, das war's schon wieder. Geht's schon wieder weiter? Und welche Musik kann man damit spielen? Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020